Hey Leute, willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Top Stomotex 2022 Serie. Wir gehen wieder rein in drei Päckchen, in 30 Karten. Ich möchte unser Album hier ein bisschen füllen. Ein paar Base-Karten, ein paar Insatz, hoffentlich eine Numbered-Karte. Ich würde einfach mal gerne sehen, wie eine Numbered-Karte aussieht. Live-Action von Charles Leclerc, dann Lando Norris, 208, Kevin Magnussen vom F1-H-Team, Sebastian Vettel, 264, Epic Moment, Louis Hamilton, Speedstar von Max Verstabben, dann Off-The-Track von Gussli und die Insatz kommen von... Alter, was ist das denn hier? 360. Habe ich ja noch gar nichts gezogen von denen. Sind die selten? Von Schuh. Country Pride. Sehr geil. Das allererste Design von... Also das erste Mal, dass ich so einen ziehe. Sunoda und Max Verstabben noch. Dann geht's weiter mit Valtteri Bottas. 87. Da kommt eine pinke Insatz. Dann Live-Action Lance Stroll. Da in die Mitte. Louis Hamilton kommt ganz nach vorne. Epic Moment reiht sich da in die Reihe. Dann Sergio Perez. Jack Doan. Und drei Insatz. Das ist einmal Insatz von Schuh. Also Schuh läuft heute. Schuh läuft heute. Hört sich auch blöd an. Ich packe hier Karten aus von Formel 1 und dann sage ich, Schuh läuft heute. So, letztes Pack. Letztes Pack. Ja, leider kein Glück heute mal wieder. 140. Passt da hin. Dann Schuh. F2 Hero. Bolide von... Ähm... Aston Martin. 65. Offset Track 53. 197. 185. 224. Und... Superstar von Esteban Ocon. Und Schuh. 329. Und die 308. Kommt... Da dazwischen. Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Ich bin natürlich wieder, ja 30 Karten auf den Tisch. Und ich habe jetzt nicht ultra viel Platz hier. Aber das geht schon klar. Also es muss klar gehen, logischerweise. So, 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 so und so, bei uns Schäfern ist das so. Zack, zack, zack und zack und zack und zack und zack. Die Insats gehen sowieso immer schnell, weil da hat man ja nicht so viele von. In drei Packs meistens, äh, in jedem Pack zwei mindestens. Manchmal sind drei Insats drin, das heißt man hat so maximal neun Insats in drei Packs und minimal sechs. So, wir starten mit der achten. Sergio Perez. Achten kommt hier unten rechts in die Ecke. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Dann haben wir Louis Hamilton. 27, 26, 25, 24, 23. Off the track, Louis. Dann Esteban Ocon mit der 53. Hab ich auch noch nicht. Dann die 59, Pierre Gasly. Die 65, oh, das ist bitter. 65, 61, 61, 63, 64, 65. Der Bolide. Vom Aston Martin Team. Valtteri Bottas. 86, 87. Kevin Magnussen. Auch rein. Sieht immer schon so voll aus, aber das ist halt, äh, ne, weil hier die Lücken sind und dann sind die nächsten Seiten genau an der Stelle, ähm, fehlend. Oder nicht fehlend, besser gesagt. So, F2 haben wir die erste Karte hier aus Indien. Daruvala. Dann noch die 103 am Start, das sieht auch gut aus. Also F2 Heroes sieht halt am besten aus, weil die Seiten hier so gut wie vollständig sind. 136, Max Hestappen Speedster. Dann Carlos Sainz Speedster. Hab ich auch noch nicht. Auch Speedster. Die Speedster Seiten sehen auch gut aus. 153, 151, 151, 153, 153. Bam. Dann 176. 74, 76. 75, 76. 76, das passt. Dann haben wir die 185, das kommt hier auch in die Mitte. Dann die 197. Die 208. Obel. Die 224. 23, 24. Das sieht auch gut aus. Dann Charles Leclerc. Zack. 249. 48, 49. Und dann kommen noch zwei Epic Moments. Das ist die zweite 61. 60, 61. Wieso? 60, 61. Wieso fängt das mit den Epic Moments da an? 62, 63, 64. Epic Moment Vettel. Und Epic Moment von Esteban Ocon. 68, 69. Und dann sind wir bei dem Insatz. Und da werden wir sicherlich wieder ein bisschen doppelt dann. So sieht es aus. Max Verstappen haben wir die pinke Version. Jetzt auch die normale, sage ich mal. Ping-Bong. Es klingelt. So, dann haben wir die 308. 308 haben wir auch schon. Aber als pinke Variante von Esteban Ocon. Das heißt, die normale packe ich auch dahinter. Dann Sunoda. 38, 309, 310. 38, 319. 20 und 21. Dann haben wir die Grand Prix Booster von Chu. Als pinke Variante sogar. 38, 20, 29. Ach, die haben wir zweimal gezogen. Die pinke und die normale. In einer Folge. Ja, moin. So. Und dann halt die hier. Das ist halt brutal. Mal. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 49, 60. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Chu, da ist dein Platz. Da ist dein Platz, mein gutster. Mein gutster. 360, das will ich mal sehen hier. 2 Dinger. Gibt es auch einen Mick Schumacher. Einen Paris, einen Russell, einen Alonso. Einen Albon. Mhm. Okay, das war's. Das war's für die heutige Folge. Die heutige Folge vom Let's Collect der Tops Turbo E-Tex 2022. Hast ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Musik. 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 Musik.